Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Mal spielen wir Blades of Time. Wie ihr hier gerade seht, links im Bildschirm haben wir die gute Ayumi, das ist unser Hauptcharakter. Wir sind jetzt kurz davor, nach Dragonland aufzubrechen. Ich erkläre das jetzt nochmal kurz, weil ich nicht weiß, ob ich das Intro jetzt nochmal im Nachhinein reingeschnitten bekomme oder nicht, weil das sich irgendwie nicht mit Traps verträgt, warum auch immer. Hier haben wir auf jeden Fall die Halle. Das ist jetzt unser Kumpan im Hintergrund. Ich glaube, ich labere schon wieder zu viel. Also ich sollte über anfangen. Und es geht darum, dass normalerweise jetzt einer ausgewählt werden sollte, der nach Dragonland reist und wir unseren Meister hier, genau, das ist der Meisterchen, dass wir ihm eine Falle gestellt haben und jetzt kurz davor sind, nach Dragonland aufzubrechen. Und ich labere nicht weiter, ich mache einfach mal. Und da geht's auch schon los. Oha. Ah, ich könnte ja schon... Ach, das war der andere da bestimmt Zero. Also bisher gefällt mir die Grafik. Oh. Okay, also hier sind wir nochmal. Ich muss sagen, ich bin krass beeindruckt. Ich würde fast meinen... Sieht ein bisschen aus wie die Unreal Engine. Ist ja auch egal. Aber, huu. Krasse Sache. Muss man wirklich einfach nur so sagen. Tut mir leid, wenn ich jetzt auf den Film gelabert habe, ich mache das dann auch nachher weg. Zero, unser Freund ist wohl nicht mitgekommen. Also ich denke mal, dass es Zero ist. Okay, gucken wir mal auf den Kompass. Joa, shit happens. Ähm, ich würde sagen, es ist eindeutig, wir sollen trotzdem erstmal da lang laufen. Dann machen wir das doch mal glatt. Oh Gott, wie rennt die denn? Öffne sie mit E. Okay, achso, das hier ist die Schatztruhe. Ach Mensch, die fällt ja gar nicht auf. Schwert, der der Drachen macht. Erhöht durch Feuerzauber bedingte Schäden. Oh, okay. Ausrüsten. Machen wir mal. Ah ja, hier haben wir Iommi rechts. Basisoutfit. Schwere, der Drachen macht. Keine. Ach, wir können auch Schusswaffen kriegen. Sehr schön, Amulett. Ring. Das gefällt mir. Ich gucke nur erstmal gerade durch. Ich habe mich selber noch nicht mit dem Spiel beschäftigt. Ich wollte mich jetzt selber nicht spoilern. Verwinde den Kompass, um die Reiseschatze zu finden. Halt auch schon nach Hinweisen. Schatzruhen in deiner Nähe. Okay. Ey, du hast gerade dein Meisterchen hintergangen, Schätzchen. Aber gut. Also ich gucke nochmal schnell hier. Der weiße Pfeil zeigt auf irgendwas anderes. Ich laufe mal kurz in die Richtung von dem weißen Pfeil. Ja, die dramatische Musik im Hintergrund könnte langsamer aussetzen. Ja, aber ich lade schon einfach mal weiter. Ach ja. Also an sich, ich habe zwar gelesen, also in der Beschreibung gelesen. Gut, funktioniert irgendwie nicht. Ähm, dass das ein Spiel sein soll zu einer bestimmten anderen Reihe. Allerdings sagt mir diese Reihe selber nichts. Deswegen, ja. Ich erwähne das jetzt deswegen nicht nochmal irgendwie groß. Ach, hier ist noch eine Truhe. Okay. Vor allem, was mich ja richtig aufregt, ist, dass das Intro kriege ich nicht aufgenommen. Ich habe es wirklich zehn oder elf Mal versucht. Jetzt ohne Scheiß. Und ich fange an zu spielen. Das funktioniert einfach mal. Ich meine, die Aufnahme hat ja nicht weiter gelangt oder so. Naja. Oh, wieso ist denn die Maus empfindlich? Gibt es hier irgendwie... Ah ja. Zurück zum Kontrollpunkt. Ähm, Mausempfindlichkeit. Sorry, ich muss die mal ein bisschen runtersetzen. Ich komme sonst wahrscheinlich hier nicht so klar. Zurück. Ja, nur wenn nach dem... Oh. Naja, okay. Obwohl, ne. Die Mausempfindlichkeit... Ach, endlich. Gutes unten. So, irgendwie war ich hier, aber... Ja, was zeigt uns der Weißer? Ne, ich denke mal, da wollen wir nicht runter. Oh, und da backt es leicht. Für diejenigen, die das interessiert, wo es dieses Spiel gibt, das habe ich für 5 Euro beim Mediamarkt bekommen. Okay, wir laufen mal hier lang. Na los, lauf. Ah ja. Und das nächste. Ach, das ist bloß der Drache. Okay, ich habe jetzt nicht wirklich einen Plan, ob es das bringen soll, aber ja. Oh, jetzt ist der Rote komplett weg. Ist ja schön. Ich will nur ganz kurz hier gucken gehen, ja? Okay, rennen wir... Oh, fuck. Oh, fuck. Wie sie einfach mal springen kann. Oh. Mensch, Kind, hör nicht rum. Du hast gerade deinen Großmeister hintergangen anscheinend. Und bist unvorbereitet hier reingegangen. Wie wuff. Tut mir leid, aber... Das war schon ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen blond, aber... Ne? Verstehst? Okay, gucken wir erstmal weiter. Was haben wir denn hier Schönes? Dann war hier einfach mal durch. Ach nee, da sind schon die nächsten Gegner. Na, dann wollen wir mal. Ob wir irgendwie hoch sie springen können. Ah ja. Wollte gerade sagen. Na ja. Oh ja. Tja, das ist halt nicht wie im Spiel. Merkst du? Ja, das ist auch ziemlich albern. Weil wer soll das lesen? Das ist halt nicht wie im Spiel, ne? So mit Hinweisen und so. Real Life ist ein bisschen was anderes. Merkt euch das, Kim. Das ist halt nicht wie im Spiel. Wow, cuntibitch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, machen wir mal. Ich komme mir nicht klar mit der Abkürzung LMB, aber gut. Äh, gibt's hier Schätze? Nö. So, aber ohne Vorbereitung? Kind, heul dich rum, so wenig wie du anhast, so heiß kann dir gar nicht sein. Ich frage mich immer, wie das mit der Rüstung funktionieren soll bei Frauen, wenn ich sowas sehe. So, irgendwas lädt der gerade. Ich renne mal kurz nicht weiter, was der lädt. Ah ja, okay. So. Springe und drücke in der Luft, äh, um einen Doppelsprung. Ah ja. Muss ich jetzt hier drüber einen Sprung machen? Ah ja. Funktioniert gut. Wie hoch sie einfach mal springen kann. Soll ich raten, jetzt geht das erste Jump'n'Run los? Ach nee, ich kann sowas immer nicht. Ich hasse, ich hasse das Spiel aufs Felddruck. Na los, na los, lauf. Ach so? Ich find's schön, wie sie mit sich selbst redet. Und jetzt? Was will sie denn? Licht aber hoffen. Hoppala. Vielleicht ein Geisterfreund? Ja, tut mir leid, wenn ich die ganze Zeit blöde Kommentare gebe, aber ich find die irgendwie ein bisschen merkwürdig, deren Charakter. Das ist, hm, ja. Oh, was haben wir hier für welche? Ich kannte übrigens das General noch nicht. Da stand Hack'n'Slay, ähm, hier, Spiel. Das war mir noch nicht bekannt. Hoppala. Oh, die sind, die sind aber hübsch. Also ich hab jetzt nichts gegen Spinnen. Ich bin jetzt nicht so das Mädchen, was er so sagt. Ja, genau so. Das bin ich nicht. Jo. Freu dich. Ich find die Selbstgespräche schön, die sie führt. Ach ja. Ach so. Das hatten wir schon. Und gucken, Schätze. Nee, gibt's hier nicht. Bin mal richtig gespannt, was hier noch kommt. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Ich meine, kommt schon. Fünf Euro. Ne? Kommt schon. Ich weiß, dass das Spiel auch einfach nicht besonders lang ist, aber ich find's trotzdem krass. Super, da. Los, lauf weiter. Na nü. Ach so, da komm ich einfach nicht durch. Alles klar. Alles klar. Vielleicht in der Truhe. Bis zum nächsten Mal. Das ist geil, dass die vorgelesen werden. Das find ich cool. Okay, um einen Pfeil zu aktivieren. Welcher Pfeil? Wieso greifen mich die Dinger nicht an? Hm. Ein Pfeil am Boden, na nü? Hä? Um die Pfeile am Boden? Sagt sie mir, du musst einmal draufstehen bleiben. Okay. Mach ich mal. Ist das ein Pfeil? Nee. Ich bin gerade irgendwie so ein bisschen dumm. Tut mir leid. Ah, ich zeig's erst mal die Dinger. Ja. Ja, unterstehen, unterstehen, unterstehen. Was für Pfeile! Was ist gerade passiert? Was ist gerade passiert? Ja, läuft bei ihr. Ja. Scheiße. Ah, komm schon. Bam. Ah, okay. Boah, ich bin so richtig schlecht in so'n Sachen. Scheiße. Uh. Na los. Boah, an sich sind die ja nicht schwer, aber ich war kack jetzt schon. Das ist eine gute Frage, was die machen. Ugh. Okay, das ist, finde ich, dann doch wieder eklig, dieses grüne Zeug. Na nü, wieso? Ist mir schon aufgefallen, dass die Edems-Anzeige wieder neu ist? Ach, die kann man looten! Nice. Oder was? Oder hab ich das jetzt falsch gesehen? Ne, doch, das hab ich falsch gesehen. Sorry. Aber die Edems-Anzeige ist voll. Der Schalter am Boden. Ne, warte, hat er nicht irgendwas zu lassen? Von den Pfeilen? Wenn die Pfeile am Boden, aber es ist hier doch kein Pfeil. Naja, ist auch egal. So, ich zauere das Zeug jetzt erst mal nochmal. Sieht jetzt hier noch was? Ich finde sie auch cool mit ihren Hackenschuhen. Ach. Naja, gut. Naja, hier ist aber wirklich nichts weiter, wie es scheint. Sehr gut. Wie, das war's jetzt? Oder was? Naja, gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier scheint wohl nichts mehr zu sein, also laufen wir den blauen Blumen daher. Und das weißt du woher? Gut, ich frag nicht. Ich weiß ja nichts und so, aber... Ne? Was kommt denn da? Kindchen, das ist Babyblau. Das ist beruhigend, das macht mich nervös. Ist aber wirklich Blondie, hab ich so ein bisschen das Gefühl. Naja, was soll's. Ist halt das Tutorial, wenn man so will. Wo ist denn meine Anzeige jetzt gerade hin? Ah ja, da oben ist er. Wie? Nein! Stopp mal! Hä? Wieso bin ich jetzt wieder da? Okay, läuft. Erste Folge gleich gestorben. Hätten wir ja sagen können, dass die Dinger irgendwie so ein bisschen... Ja gut, ich hätte es mir auch denken können. Nein, ich geh mal davon aus, dass wir hier nicht runter wollen, obwohl es geil wäre, einfach mal Justus vor Fun runter zu springen. Ja, ich mach das gleich. Keine Sorge. Hupala. Die hat aber viel Zeit zum Reden. Wieso kann das Ding durch... Ah, Lava! Gehst du weg? Wieso können die Viecher durch Lava? Folge, sie kann kämpfen wie ein Pro. Einfach mal. Ey, sie kämpft wie ein Pro. Aber ist dumm wie Stulle. Also, so ein bisschen. Achso, das fühlt die Lebensenergie wieder auf hier drüben. Hab mich jetzt alles. Na ja, dann rennen wir weiter. Oh, war ja klar. Hier kommen wir wieder nicht durch. Folgen ist ja normal. Also, mit magischer Barriere und so. Wo ist denn hier ein Altar? Hab ich irgendwas verpasst? Hä? Ist denn hier ein Altar? Oder ist hier ein Altar? Nee. Ja, gut. Wo auch immer die Frau ein Altar sieht, aber... Ne? Oh, naja. Es sieht aus wie ein Entgegner. Ah! Oh, der ist tot, glaube ich. Okay. Dann nehmen wir jetzt wohl mal. Ja, natürlich. Oh, ziehen oder wegstecken. Ach, ist ja geil. Ach, da oben das Ding. Bam. Ja, war klar. Die werden aggressiver, hab ich das Gefühl. Ja, komm mal her. Aber ich find's cool, wie sie kämpft. Das muss ich wirklich sagen. Das ist richtig geil. So. Müssen wir hier durch? Ne, ich glaube, da kommt Hitze durch. Ich denke wohl mal nicht. Ähm. Hm. Hat einer von euch das Spiel schon mal gespielt, zufällig? Das würde ich gerne mal wissen. Was erjenige dazu sagt. Oder so. Oder wenn einer von euch mir dieses System erklären will, will ich hier durch? Ne, ich glaube nicht. Also nicht das System, aber einfach mal, wo es herkommt oder so. Auch wenn ich die Story an sich so, wo es herkommt, ziemlich... Okay, gut. Einerseits finde ich so komisch, andererseits finde ich so cool. Warum ist die magische Barriere zerstört? Äh, da. Na nü, es raucht. Ja, das machen wir jetzt. Rennen wir jetzt zurück. Ach ja, stopp mal. Jetzt haben wir ja die Pistole. Jetzt können wir ja... Ach so, hat er schon automatisch ausgemacht. Na dann. Und drehen. Ach ja, cool. Das ist ja geil. Mit den Zeichnungen. Chaos-Spieler. Diese Chaos-Kreaturen halten sich normalerweise zwischen Felsen und Blattwerk versteckt. Sie sind Beobachter und Spione des Chaos, die das Gebiet kontrollieren. Sie informieren die Chaos-Herrscher über Feinde und können sich mit magischen Geschossen verteidigen. Ach so. Oh. Ja, ich merke schon. Dass der sich verteidigen kann. Ähm. Wie viel Muni hat denn das Ding? Ich glaube, ich habe es zerstört. Und hey. Ja, ich lese das übrigens dann nicht jedes Mal für jedes neue... Hubala. Für jedes neue Viech, ähm, den Eintrag vor im Buch. Ich finde das ein bisschen anstrengend. Und ich glaube auch nicht, dass das unbedingt sein muss. Es sei denn, ihr wollt das jetzt explizit, dann müsstet ihr mir das in die Kommentare schreiben. Aber... Bisher haben wir wieder nur eins. Hat die Frau eine große Klappe? Bis zum nächsten Mal. Und da kommt die Fiecher. Na, komm her, komm her. Ah, kann man auch irgendwie blocken? Das würde mich mal interessieren. Und, heb, heb, heb. Ach, wenn man dann E drückt, dann kann man mehr Schios rauskriegen. Na nü, da ist der letzte. Ja, dann kriegt man mehr davon. Ach, das ist geil. Aber ich finde es generell gut, dass hier so viel davon rumsteht, weil wir brauchen das definitiv am Anfang. So, was haben wir hier noch? Da. Na nü, da kommen noch mehr. Ich höre sie atmen. Komm schon. Seid ihr bist sicher? Komm schon. Ach, fuck. Ja, vor allem hat die auch Muni für das Zeug. Gut, einen haben wir. Zweiter folgt. Ähm, haben wir auch. Ach. Oh, 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 oh. Bam, bam, bam. Ach, man kann auch zur Seite auswälchen. Das kenne ich ungeheuer, das Prinzip. Ich schaue einfach mal um mich. Mal gucken, wie lange sie durchhalten. So, da. Edge. So. Hör doch mal auf rumzuheulen. Das kommt nun mal dabei raus, wenn man auf eine Mission geht. Ey. Ich wünsche ihnen das Kinder, jetzt kickt die Scheine. So, was ist das hier eigentlich? Ja, okay, dann ist sie halt kaputt. Und weiter geht's. Äh, was ist das denn? Ach so. Wieder ein neuer. Stimmt, da stand ja, ich habe ein neuer getroffen. Was ist das denn? Stürb, Mistfie. Hupala. Ähm, well, fuck. Hat sie die Menschen gefressen? Äh, nee, die vermehren sich, die vermehren sich. Oh. Ja, und ich bin tot. Ich glaube, ich gehe da mit der Pistole ran. Ja, mit der Pistole macht sich, also nicht mit der Pistole, aber mit dem Ding macht sich das definitiv besser. Bevor die jetzt, ey. Na komm. Bevor die sich jetzt noch weiter vermehren. Fuck. Ach, wo kommt die denn her? Gott, das sind die nervig. Fuck. Das wird so nichts. Es geht nicht anders. Verdammt, wieso geht das nicht? Verdammt, verdammt. Hä? Ja, gut. Das geht schon mal super los im ersten Teil. Ah, die sterben gerade wirklich. Ich raste aus. Na los, stirb. So, zwei haben wir noch. Jetzt müssen wir gucken, dass die sich nicht vermehren. Ach, die Dinger muss man zerstören, bevor da Spinnen rauskommen. Ach so, na ja, dann verstehe ich das Prinzip sogar. So. So, damit haben wir nur noch einer, ne? Und jetzt müssen wir noch aufpassen, dass die keiner Kinder kriegt. Ach. Ja, wir haben es geschafft. Mein Gott. Wie ich so eine Gegner hasse. Ist ja mal richtig nervig. Vielleicht ein Riese. Ach, guck mal. Äh, Kältestärer. Erziele Feinde. Drücke zwei. Lässt ein Ziel erstarren. Macht bewegungsunfähig und verursacht Schaden. Okay. Gewähltes Geschenk nehmen. Ähm. Ja, Drücke zwei. Kann mir einer mal funktionieren, äh, sagen bitte, warum es nicht funktioniert? Ach so. Ach so. Ach so. Ach so, entweder nehmen wir Kältestärer oder Brand. Alles klar. Setze die vor dir stehenden Feinde in Brand und füge ihnen für kurze Zeit Schaden zu. Ähm, mache Bewegungsunfähig, verursacht Schaden. Ne, ich nehme dann das zwei. Drücke zwei. Das hier. Das hier. Nehmen wir, wir nehmen die Kältestärer und das ist zum Objekt preschen und ermöglicht, fliegende Zellen, zu fliegenden Korallen zu preschen. Okay. Oh, ne, das sieht gruselig aus. Ne, wer ist ja immer in den nächsten Monat. Oh, Gott. Was? Ich drücke zwei. Ich drücke zwei. Ey, wie blöd, da bist du bescheuert. Drücke zwei. Feuere so lange auf die Feinde, bis das Symbol auf der Rage-Anzeige aufleuchtet. Ähm. Ah ja. Ach so. Ah ja. Ah, jetzt sehe ich, was die meinen. Ja, oben ist nur noch diese Anzeige. Aha. Ja, ich habe es verstanden. Also diese Anzeige da oben ist sozusagen unser Mana. Wir müssen jedes Mal aufladen mit, äh, kämpfen. Ach so, das heißt, wir können keine reine Magie machen. Schade, ich bin eher so immer der Magier-Typ. Hey, ich glaube, wir haben es. Die ist drauf. Ach ja. Würde mich mal interessieren, wie lange das jetzt schon geht. Vielleicht kommt es mir einfach nur länger vor. Ich weiß es nicht. So, gucken wir mal. Ah ja. Du kannst jetzt die fliegende Korallen preschen und dich an ihnen festhalten. Was ist denn MMB? Ach so, ja, das ist bestimmt auf dem Mausrad, ne? Und umschalten, um zu preschen. Da wir gerade davon gesprochen haben, ich glaube, das wäre mal ganz gut, so eine erste Pause zu machen. Ich würde nämlich dann auch immer gerne wissen, ähm, was ihr bisher von dem Spiel haltet. Bitte sagt mir das doch mal. Und, ja, wir sehen uns dann später wieder, würde ich sagen. Okay? Tschüss. Und, ja, wir sehen uns dann, ja, wir sehen uns dann, 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 Untertitelung des ZDF, 2020